Also ich kenne jetzt im deutschsprachigen Raum keine Anlage, die der Größe entspricht und vor allem diese Großzügigkeit hat, wie wir jetzt hier sehen. Wir haben versucht einfach pure Natur zu bauen. Und ich denke, das sieht der Gast auch. Es ist alles ineinander stimmig. Es passt perfekt in die Umgebung. Es ist einfach natürlich. Der Wunsch nach Natürlichkeit und nach dem natürlichen Schwimmen ohne Chemie und ohne Zusätze. Es ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis geworden, was sich ja auch im Wandel der Gesellschaft zeigt. Klares Wasser gibt einfach Sicherheit, Ästhetik, ist beruhigend und vor allen Dingen halt auch sehr angenehm auf der Haut. Wir haben ganz gezielt die Flachwasser- und Regenerationsbereiche so baulich filigran abgetrennt, dass es eigentlich wie eine gesamte Wasserfläche immer noch aussieht. Also das sind Lebensgemeinschaften, die sich am vorbeifließenden Wasser ernähren und somit eigentlich eine Wasserreinigung durchführen. Und daraus resultiert eigentlich das klare Wasser. Teichmeister hat vom 10 bis 15 Kubikmeter Saunatauchbecken schon Großanlage bis über 40.000 Quadratmeter gebaut. Der Wunsch nach der eigenen Individualität und nach der Privatsphäre, das können wir natürlich mit dieser neu gestarteten Garten- und Teichanlage per excellence anbieten. In dieser Anlage haben wir ein komplett neues Pflege- und Servicekonzept gebaut, wo der Hotelier die Folgekosten in dieser Richtung enorm einsparen konnte. So wenig wie möglich laufende Kosten in Ressourcen, Wasser und Strom. Und das bringt Teichmeister. Es ist nicht nur Zufriedenheit, sondern eher Begeisterung, die wir dort entgegengebracht bekommen. Somit kann ich das einfach nur als durchwegs positiv begelten. Begeisterung, die wir in denvisedichten, die wir da unterhalten wird. Alla